Ich brauch zwei Spitzhacke für Akimbo Er dreht dann die Arme so, weißt du. Richtig selben Kreis wie so ne Regnmühle Tan 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 Er kräft sich durch den Feld Hallo, ihr braucht ne Spitzhacke Ich brauch Schlüssel Wer ist ich? Ja, ich halt Leute, habt ihr kein Gerät dort, oder was? Doch! Nein!